Schlimmste wäre es, wenn nach vorne um die Ecke die Gremaschi kommen würde. Aber die Fogos sind immer weg. Wie drückt man den Hupe? Wenn du einen Ramst an anderen und Sound auf High-Quality hast. Ja, kann schlagen es leider nicht manuell. Was ist denn dein höchstes Tier? Buddy. Schön. Ah. Ja, ja. Older Anfänger? Total. Older Geiz. So lange man noch umsonst Trapedos hat. Bööööö. Was umsonst? Oh, da kommt schon was. Ahhhh. Ich hab's gesagt. Achtung, ich schieße auf die. Und da kommt alles hier. Ich traue mal. Ich hab neid, ich hab neid, ich hab neid, ich hab neid. Oh, leck. Aber wie? Nice. Die hat harte Kanonen. Und die wird auch getoppt haben, ne? Die hat auch 8km Tops. Ey, was? Der Zerstörer da grad? Ja. Ich sehe keine Tops, der hat nicht getoppt. Fahr mal vor mir, dass ich nach hinten topen kann. Ich will auf den Zufahrer, damit er rauskommt. Top hinter mich. Da war noch ne Kamikaze. Okay. Ich hab deswegen mal in die Smoke reingetoppt. Ah ja, da kommt noch was. Und da ist die Fujin. Ahhhh. Smoke. Die ist zu nah. Was ist denn Verkehr hier? Alle DDS. Jaja, ich vergrümel mich schon. Oh, ich hab mal getroffen. Achtung, ich fahre rechts bei dir gleich. Ne, ich bleib hinter dir. Damit Motor beginnt. Blind Tops vor der Wind, ne? Was habt ihr denn hier? Alles voll genebelt hier. Ah, ich hab auch einen kleinen Traub getroffen auf die New York. Ja, da sind so viele DDS, war ich schon mal am Angst. Alle DDS, ne? Da war jeder. Die Fuji, die Kamikaze und die Grimashi waren da. Ich geh auf New York. Mit AP, oder? Ja. Was bist du, Schlachtchef? Ja. Pass mal auf, fahren nicht zu... Wenn du da rechts fährst, da fährst, ist gut. Aber... ...net zu weit vor. Jaja. Bloß nicht zu weit vor, weil das sind auch Haufen Zerstörer, die weiter die tauben. Das sind alle Zerstörer. Mach... Dreh die Dreh am besten um. Genau, Richtung Kaloran. Und dann perfekt, dass du drehst um, wenn die New York geschossen hat, dass ich den nicht in die Seite ballern kann. Schieß auf die Gemashi. Schieß auf die Gemashi, wenn du kannst, die steht nämlich nur. Da kommen schon die Tops. Ja, eben. Nie dahin fahren, wo Zerstörer sind, wenn es geht. Als Schlachtchef. Scheiss. Gemashi weiß ich immer nicht. Oder ist ein DD? Ist aber weit weg. Wir müssen die Gemashi... Irgendeiner muss man auf die Gemashi schießen, aber ich kann nicht zwei schießen. Torpedos! Das ist die Fuji. Ich glaube, ich bin schon so gut wie... Ich glaube, ich auch. Das war's. Das war cool. Das war cool. Weißt du was? Lass uns mal von hier verpissen. Dann denken die, wir sind immer noch hier. Und wir können woanders hin. Okay. Wieso sehe ich die Torpedos erst so spät? Weil die erst ab 1,1km aufgehen. Und du kannst ja auch noch schon später mit Captain Skill und so, dass die vorher aufgehen. Ja? Ja. Das brauche ich unbedingt. Ja, der ist sehr hilfreich. Nämlich auch meistens. Ja. Ja. Also ein marciger Bord der Bord. Ja, jetzt haben wir die Tender. In dem Jahr... Das Schiff ist auf Feuer! Ich weiß, ich bin der Kapitän. Die werden mich jetzt pushen, die ganzen DTs. Die sollen da kommen. Schwarte auf sie. Schwarte noch drauf! Fönyx, wegen des Weges. Du willst das nicht verpilsen, oder? Fönyx, komm her! Da ist die Masche. Hier ist der DT. DT. Alter, was sind das für Torpedos? Scheißidiot, Alter. So ein Vollmungo. Königsberg, schießt auf zwölf Kilometer entfernte Ziele, Torpedos. Er kommt immer wieder mal vor. Und in der besten Familie, vor sage ich mal. Legenden-Mungel, Nervs, sei es auch schon mal am Anfang. Aber das glaube ich nicht. Nur Legenden. Oh, meine Torpedos gehen einen Meter vorher aus. Höhöhöhöhöh. Nicht käppe, Jungs, ich will dir noch kille. Nicht käppe. Genau, du käppe. Die lassen sich jetzt eh anschießen. Oh, war ich da echt aus? Der ist zattern. Ich gehe jetzt nach Akiri. Incoming Council. Ja, ich gehe jetzt auch. Ja, ich gehe jetzt auch. Han. Ich gehe Han. Ich gehe Speck. Böse erkannt hast du. Böse. 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 Ich will wissen wie mad der andere war mit seiner Gamaschi. Schatz, ich habe gedacht er kann einen schön D-Ds hatten, kommt um die Ecke rumkassiert . Gleich da, Fairman du Chef, du klick in rein. Ah tack. Ich weiß noch nicht, musst du es jetzt wissen? Ich wollte mal Turbo starten zum Fast Cap'n. Okay. So, dann... Okay. 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 Okay.